hey leute schön dass ihr eingeschaltet habt willkommen zurück bei furious seas ja wir sind immer noch hier in dem tollen startmenü auf der insel echt gelungen finde ich macht echt bock das game und ja ich hatte jetzt richtig bock noch hier den captain john avery mir zu holen dass wir das abhaken können ich hoffe es endet nicht so wie hier wie wir sehen mit einem geteilten schiff aber warum ich das video noch mache es gibt zwei keys zu verlosen also wer den key gewinnen will einmal unter die kommentare schreiben ja ich möchte den key gewinnen und ja wer noch bock drauf hat kann auch gerne schreiben was er an meinen videos gut findet was er weniger gut findet und so weiter ein bisschen feedback wäre ich geil ja furious seas bietet auch ein multiplayer part man kann mit vier leuten gegen die ki so eine art wave shooter zocken also man ist dann mit vier schiffen auf hoher see und dann kommen immer gegner also das macht echt bock ich habe es mit heng mal kurz getestet lief auch echt gut man kann auch den friendly fire modus einschalten und dann kann man sich auch gegenseitig bekriegen aber eigentlich ist der modus momentan der den es gibt es ist ja eine multiplayer alpha version glaube ich dass man gegen die ki kämpft und ja was geht mit vier spielern das würde ich echt gerne mal machen und ich habe vier keys bekommen vom entwickler erst mal danke dafür echt super davon verlose ich jetzt erst mal zwei und wer die gewinnen will kann gerne und die kommentare schreiben ich würde den key gerne gewinnen und werden von den gewinnern auch bock drauf hat bei so ein multiplayer game mal mitzumachen ja der kann sich dann am ende dann natürlich bei mir melden genaues datum wann es anfängt und wann es aufhört das gewinnspiel packe ich in die beschreibung rein und ja dann sehen wir einfach mal wer gewonnen hat und wer bock drauf hat kann dann gerne mitmachen und ja jetzt packen uns aber erst mal hier den kerl ich bin gespannt ob ich den schlagen kann also viel spaß hier sind sie wieder und wir haben auch neues schiff wir haben jetzt ich glaube vier kanonen auf einer seite sehr geil okay kein problem und ich hatte glaube ich beim letzten mal mit der wife gespielt und jetzt spiel ich mal mit der rift ich will mir so ein bisschen auch vergleichen ich habe momentan das gefühl dass mit der wife ein bisschen flüssiger lief die schnappen und jetzt die haben sie direkt gekriegt jetzt drehen wir ab und dann können wir auch ach ja wir haben jetzt die möglichkeit zu rammen dann ok wenn wir die jetzt rammen wollen müssen wir glaube ich hier dran auch schade haben wir fast gekriegt das probieren wir jetzt nochmal so jetzt drehen wir bei dass wir auf der linken seite sind da ist nämlich alles geladen so komm 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 ah die haben wir auch beim gelegt so so ok die kriegen wir aber die kriegen wir so wir haben schon 60 prozent oder an schiffs ja der hat gesessen cool wir haben drei fässer aber wir bräuchten unbedingt holz damit wir unser schiff reparieren können so so jetzt müssen wir gucken etwa oh 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 Wir sind untergegangen. Tut mir leid Männer, mach mal das Beste draus, los geht's. Wow. Boah, jetzt kriegen wir aber hier einen drauf. Also ich würde lieber anstatt Gold Heilung kriegen. Wir drehen bei. Und dann holen wir uns die mit denen hier. Haben die immer noch nicht nachgeladen. Mann, was macht ihr so lang? Cool wären auch so Upgrades. Dass die schneller nachladen. Die Kanonenkugeln stärker werden. Vielleicht sogar Kanonenkugeln, um die Segel kaputt zu machen. Da gibt es ja auch mit Ketten. Haben die ja glaube ich früher benutzt. Yes. Aber wir haben trotzdem echt viel Energie verloren. Wo sind sie? Okay, jetzt kommt Captain Avery bestimmt. Da habe ich auch Angst vor. Die segeln glaube ich noch um die Insel. Das ist gut. Schade, dass wir jetzt nicht rammen können. Wir müssen uns drehen. Komm, 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 komm. Oh, die können aber einstecken hier. Oh, die können aber einstecken hier. Oh, die können aber einstecken hier. Endlich. Hinter uns was? Oh ja, der kleine. Der kleine ist aber süß. Feuer! Komm, 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 komm. Den kriegen wir noch ein, oder? Jawohl, weit gesessen. Sehr genial. Da ist Heilung. Feuer Feuer! Jetzt drehen wir bei. Oh, die wollen uns reinkriegen. Die wollen uns reinkriegen. Jetzt müssen wir Fässer haben. Haben wir aber nicht. Feuer! Feuer! Boah, wir müssen hier an mehreren Fronten kämpfen. Aber das ist ganz gut. Leider kommt die Scheiße immer nach. Ach, voll. Ich behalte mich für den Avery. Gute Macht Leute, holt euch einen Rum. Aber nicht zu viel, wir müssen uns noch konzentrieren. Oh, jetzt kommt der Avery. Ich bin in Ruined, der nächste Wannabe-Pirate, die taste my canons. Ich bin da. Oh, crap. Oh, sache. Boah, kommt euch das an. Wie geht es um diese canons, um mich zu sterben? Gut, Glück, Mann. Du bist der erste, oder der letzte, zu versuchen, mich zu töten. Ja, errichtet. Und du wirst nicht lange gegen die Krimsengen. Du hörst mir an? Oh, yeah! Oh, yeah! What cannon's loading? Huh? This is just the beginning. Okay. You kill me, son. Fine. But come after me, treasure. You'll find out exactly what that gets ye. Be gone. You best prepare for what's coming. More to come, okay? Also, wir haben den besiegt. Return to Island. Ha! Jetzt können wir uns echten Grog holen. Aber wir haben nicht besiegt, aber unsere Truhe ist voll. Jetzt gibt es hier noch so einen Modus. Den wollte ich euch auch mal vorstellen. Ein Explore-Modus. Gucken wir uns jetzt mal an. Okay, Leute. Das ist jetzt Explore-Modus im Survival. Also, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Ob es jetzt mehrere Schiefer gibt. Mehrere Gegner. Machen wir uns mal schauen. Ha! Und ein Gegner. Oh, yeah! Wir drehen bei und hauen die dann mit der rechten Seite weg. We are bloody standing! Right, go! Ready to fire! Yeah! 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 So. Beidrehen und mit der linken Seite. Feuer! Oh, lade nach, lade nach, lade nach. Okay, Hammer. Sehr geil. Da kommt direkt wieder ein Schiff. Ah, schön in die Kasse rein. Wir wollen das große Schiff freischalten. Macht euch bereit zum Schießen. Macht euch bereit. Yes! Die Linken müssen aufgeladen sein. Macht euch bereit. Yes! Feuer! Oh, Mist. Nein, die vergaiden wir jetzt nicht, die Schüsse hier, die wir haben. Ah, der will hinter uns kommen. Aber, das vermiesen wir den jetzt. So, Leute. Langsamer. Und Feuer! Yes! Wir kommen jetzt gut, gut Geld rein, Heilung haben wir gekriegt. Perfekt. Ha! Kein Problem. Nächste Welle, Leute. Und genau diesen Modus hier kann man... Kann man in Multiplayer spielen. Feuer! Ach, Mist. Ah, Mist. Ja, ich kann jetzt nichts dafür. Lange machen wir nicht mehr. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir brauchen noch mal Heilung. Und wir sinken. Noch mal. Vor Sale. Also hier kann man Geld sammeln, um sich ein größeres Schiff zu kaufen. Den holen wir uns mit links. Den holen wir uns mit links. Ja, wenn die scheiß Knarre jetzt nicht hier verzieht. Oh, wir werden jetzt hier wirklich... Aufkommen, aufkommen. Aufkommen, auf! Aufkommen, aufkommen. Beide in, beide in Ah, ein gutes Manöver war das Heilung, boah, das war echt Sehr, sehr wichtig Das war sehr wichtig, so Weiter geht's Ah, nur halb getroffen, schade Oh je, oh je Okay, das wird jetzt echt Schwierig Left-Heading's ready Feuer Let's go, ready to fire Ready, pull, 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 pull Pull, pull, pull Okay, wir haben noch Eigentlich genug Energie Feuer Ja, voll Hinter uns wieder einer Müssen wir ein paar mehr Upgrades haben Lass mal rankommen hier Feuer Komm, komm, komm Feuer 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 Nicht mehr ich O, da kommt schon der nächste Da kommt schon der nächste Das lief jetzt, das lief gut. Wave 2 complete? Waren schon. Nein, noch nicht. Ich habe auch gesessen. 9000. Na genial. Tori, sails to Reefs, Captain. Sails at hand. Let's go. We're in this bloody cannon. Steining out her sails to full. Fire in this damn cannon. Whoa, right cannons loaded. We're in this. Tori, sails at hand. Fire in this. Afghan is loaded. Come, come, come. Fire in this. Jawohl. Let's have a line. Wow. Right goes. Tori, sails. We can't go any faster, Captain. That's all we've got. You can't take much more, it's coming. Fire in. Um. I'm. Fire in. Fire in this sails to hand. Oh, God. Blub, 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 blub. 11800. Jetzt gehen wir mal raus. Schauen wir mal, ob wir das freigeschaltet haben. Survival. 35.000. Jetzt können wir die hier schon... Okay. Ist ja schon mal was. Ganz ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich uns jetzt. Ha, ha, ha. Fire. Let's go. It's ready to fire. Fire. schön beidrehen komm 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 mit dem schiff macht das schon ein bisschen mehr spaß wir haben drei fässer läuft weiter geht's okay guttarch nicht guttarch nicht guttarch nicht guttarch nicht acht fässer haben wir jetzt na komm volle breit wenn man hier jetzt wirklich vier kanonen gleichzeitig trifft dann ist echt schnell zu ende ja lade mal ist er hinter uns immer? ne keine reparatur nötig ist sehr gut die haben auch sehr gut getroffen ach schade sehr gut beide schiffe gleichzeitig getroffen ja kommt hier das band her aber ich mache es noch mit meiner kleinen kanone fertig auch wenn man die ganzen upgrades kriegt dann macht es echt spaß auch schade so und jetzt haben wir uns mit der welle gewesen sein oder? wir spielen da jetzt noch der dicke schiff hier frei okay 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 Schade, schade Okay, wo ist der Nächste? Da ist es Wieder ein größeres Schiff Komm, 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 komm Jetzt können wir beide gleichzeitig holen Ach, fuck Ja, holen wir uns das auch Haben ein bisschen einstecken müssen Oh, wir haben zwölf von diesen Fässern War schon genial Ah, ich hab nichts getroffen Yes Wieder Heilung Welle wieder zu Ende 15.000 Läuft Right cannons loaded Blö, ist wir zwischen den Schiffen wohl? Fertig ist los. Fertig ist los. Fertig ist los! Fertig ist los! Rad. Rad! Komm, 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 komm. Ich muss mir mittig zählen, wenn die anderen dann auch noch treffen können. Oh, hinter uns ist was. Oh, den haben wir jetzt gleich. Gut, dass die ihn nicht getroffen haben, gell? Und wieder ein bisschen Heilung. Ist zwar Wave-Shooter, aber macht höll den Spaß, finde ich. Okay. Jawoll, der wollte, der hat nicht amass. Let's go, ready to fire. Raising sails, full sail. Sehr geil. Läuft. Komm, komm, komm. Feuer, der blöde Körning. Feuer! Wow! Feuer! 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 Ich kenne die jetzt auch noch mehr Fliegs hier. Ach, was ist das? Hinter uns war, nein. Man sieht so ein bisschen schlecht. Ja, vorne, jetzt nochmal Heilung. Ich kann die Dinger nicht werfen, ne? Ich kann die Dinger nicht werfen, ne? Ich kann die Dinger nicht werfen, ne? Boah, es wird aber richtig schwierig. Ich muss, ich muss eigentlich nach da. Hat sogar getroffen. Oh, wir sinken. Okay, das war's. 25.000. Also, nicht schlecht. Gucken wir mal an, wie viel wir jetzt gesammelt haben in Wirklichkeit. 35.000. Also, man hat relativ schnell, glaube ich, diese 60.000 voll. Echt cool. Ja, Leute, damit beenden wir jetzt heute die Folge hier. Wir haben Avery fast geschlagen. Lassen wir uns noch überraschen, was da noch kommt. Und ich habe euch den Exploration-Modus gezeigt. Man kann mit den Survival-Modus halt Geld sammeln und dadurch größere Schiffe und so weiter. Ja, und ich hoffe, beim nächsten Video können wir echt mal ein Multiplayer-Video aufnehmen. Ja, am geilsten wäre natürlich mit vier Leuten. Ja, falls euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr noch kein Abo gegeben habt, lasst doch mal ein Abo da. Wäre echt nice. Und ja, wenn ihr immer informiert werden wollt über neue Videos. So haben wir es. Echt schwierig. Dann aktiviert die Glocke. Dann kommt ihr immer wieder Nachrichten, wenn neue Videos raus sind. Ja, ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.